Musik Hi, ich heiße Johann. Ich bin neulich mal kurz nach Worms geflogen und habe mir diese 2000 Jahre alte Stadt mal angeschaut. Da ist ja so viel zu sehen. Heute möchte ich aber nur von einem einzigen Gebäude sprechen, und zwar dem Dom von Worms. Das ist einfach unglaublich, was da alles geschehen ist. Innerhalb dieser Steinmasse kann man eine fast globale Geschichte nachvollziehen. Die Geschichte dieses Doms fängt eigentlich im deutschen Thüringen an. Das war so eine Art Vorläufer der deutsch-französischen Freundschaft vor 1500 Jahren. Die Könige der heutigen Franzosen hatten ein Faible für thüringische Ehefrauen. Naja, verständlich. In Frankreich gab es natürlich auch schöne Mädchen, aber die brachten nicht so viel Land und Geld und Macht mit in die Ehe wie die Thüringer. König Klotha nahm sich gleich drei Thüringer Prinzessinnen. Der Thüringer Oberhäuptling Baderich hatte zwei Töchter und einen Sohn, Bertachar, und der wiederum eine Tochter, Radegunde. Die feierte zwar eine schöne Hochzeit mit Klotha und ging dann erst mal beten. König Klotha wartete in seinem Bett und wollte kuscheln, aber sie betete lieber auf dem Fußboden. So ging das jahrelang. Später wurde sie eine große Heilige der Kirche. Klotha heiratete auch die Tochter Baderichs, Guni, und bekam einen Sohn, Hilpi. Vor einigen Jahren fand man Aragundes Ring in ihrem Sarg in der Pariser Kirche Saint-Denise. Klotha heiratete dann auch noch Gunis Schwester, die Inni, und erhielt einen Sohn, den Sigi. Nun waren vor einigen Jahren einige Leute mit sehr langem Migrationshintergrund nach Südfrankreich gekommen und hatten das Königreich der Westgoten errichtet. Der Westgotenkönig Athanagild und seine Frau Goswinter hatten aber keinen Sohn. Da vermählten sie ihre Tochter Bruni mit Sigi und die Tochter Gail mit Hilpi. Friede, Freude, äh, Krepp war das alles. Aber so viele Doppelhochzeiten in einer Familie, das konnte ja nicht gut gehen. Zudem hatte Hilpi auch noch eine süße Freundin, die Friedel, das Kammermädchen seiner verstorbenen Frau. Und von der wollte er einfach nicht mehr lassen. Das fand Gail überhaupt nicht witzig und es gab eine Menge Zoff. Aber bald konnte Gail nicht mehr tief einatmen und wurde dann sehr schnell begraben. Jetzt wurde aber Bruni wegen des Schwestermordes sauer und stachelte ihren Sigi an, den Hilfi auszuschalten. Das ging aber vollkommen schief und Sigi wurde ermordet. Bruni wurde gefangen genommen, konnte sich aber durch die Heirat mit Hilfis Sohn aus erster Ehe versöhnen. So war die Familie wieder zusammen. Ein Kind aus dieser Ehe wäre aber nicht gut für Friedels und Hilfis Sohn gewesen. Also wurde Merovech auch entsorgt. Aus Rache musste dann Hilfidon glauben. Jetzt war auch Friedel Witwe und allein mit ihren Kinderchen. Nun hatte Bruni aber einen Sohn mit Sigi gehabt. Wie zu erwarten lebte der auch nicht mehr lange. Und ihre Enkel Ricky und Berti auch nicht. Und der Urenkel Sigi auch nicht. Es war so eine Art Marktbereinigung. Schließlich versuchte Friedel auch noch, ihre Tochter Riggi umzubringen. Es war halt eine ganz normale Familie. Dann verstarb Friedel. Nur Bruni, Lothar und sein Sohn Dagobert lebten noch. Das war die Geschichte. Warum ich die erzählte? Weil Bruni nach dem Tod Friedels noch in Worms lebte und auf dem höchsten Berg eine Kirche errichten ließ. Das war der Beginn dieses historischen Gebäudes. König Lothar aber zögerte trotzdem nicht lange. Lies Bruni festnehmen und umbringen. Lothars Sohn, König Dagobert aber, führte den Bau und seine Dynastie weiter. Dagoberts Tochter übrigens ist die Urgroßmutter oder Ururgroßmutter der Ehefrau von Karl dem Großen. Alles muss ja einen Anfang haben. Und das war der Anfang des Doms zu Worms. Der nächste wichtige Mann war Rupertus oder Rupert. Das war ein Bischof und der war vielleicht sogar ein Merovinger, also auch aus dieser königlichen Familie. Und vor ihm gab es schon einen anderen Bischof, der hieß Amandus von Worms. Nun, über den wissen wir nicht allzu viel, außer dass er der Schutzpatron des Bistums und der Stadt Worms ist. Und dieser Bischof Rupert, der hat dessen Knochen dann mitgenommen und ist nach Salzburg gegangen, im heutigen Österreich, um dort eine ganz neue Stadt und christliche Siedlung aufzubauen. Und irgendwann dann ist auch dieser Bischof Rupert gestorben und sein Nachfolger, der heilige Bischof Virgil, der wiederum aus Irland oder Schottland gekommen war, der überführte dann Ruperts Gebeine nach Salzburg. Und irgendwie sind dann wohl auch eine Liquien von diesem Rupert zurückgekommen. Dann springen wir ein bisschen weiter, denn in dieser Kirche ist Karl der Große mit seiner vierten Ehefrau Fastrada verheiratet worden. Im Oktober 783 fangt die Hochzeit statt und es wird gesagt, sie, die Fastrada, hätte ihn gegen die Sachsen getrieben, sozusagen. Denn sie war Tochter eines Thüringer Anführers. König Karl ließ 4.500 Sachsen enthaupten, was den Widerstand der Sachsen so mehr oder weniger brach. Der Grabstein der Fastrada ist heute noch im Mainzer Dom in einer Säule eingemauert zu bewundern. So und kurz nach dem Jahr 1000, also etwa 1025, kam dann ein Bischof Burkhardt. Der ist heute noch verewigt in einer Bronzestatue. Der heißt also, alle Besucher sozusagen willkommen. Von ihm ging dann ein Neubau aus zu der Gestalt, die wir heute kennen als den Dom von Worms. Und der Neubau dieses Doms hatte natürlich auch einen weitergehenden Grund, als nur irgendwo eine Kirche zu errichten. Denn es sollte die Grablege werden des neuen Astes der königlichen Familie. Und diese wiederum war im Begriff, kaiserliche Familie zu werden. So liegen dort in einer Krypta unter dem Altar eine Anzahl von Vorfahren und historisch ganz wichtiger Leute, die wir ganz kurz mal besuchen gehen wollen. Der Älteste von ihnen ist Konrad der Rote, wie er genannt wird. Er war ein Graf und wurde dann nach seiner Hochzeit mit der Tochter von Otto dem Großen und der englischen Edita zum Herzog von Lothringen ernannt. Das war auch keine schlechte Partie für Konrad, denn sein Schwager, der die Hauptlinie weiterführen würde, war Leodolf, der Hiecher von Schwaben zur Ehefrau nahm. Dann geschah aber etwas Unerwartetes. Königin Edith verstarb und ein paar Jahre später nahm sich Otto eine neue Frau, die Adelheit von Burgund, die mittlerweile Königin von Italien geworden war. Nach einem Aufstand gegen seinen Vater wurde der Sohn Leodolf entsorgt. Der Sohn aus Ottos zweiter Ehe, Otto der Zweite, wurde der Nachfolger und nach ihm Otto der Dritte. Konrad und Ludgard bildeten also weiterhin eine Nebenlinie. Deren Sohn Otto von Worms heiratete eine Judith und die wiederum hatten die Söhne Heinrich, genannt von Worms. Der zweite Sohn Brun wurde zuerst Hofkaplan und im Mai 996 erhob ihn sein Cousin Otto der Dritte zum Papst Gregor dem Fünften. Nicht drei Wochen später krönte Gregor der Fünfte dann seinen Cousin zum Kaiser in Rom. Danach lebte er nicht mehr lange und wurde in Rom bestattet. Der nächste Sohn war Konrad von Kärnten, der zusammen mit seiner Frau Mathilde hier in Worms bestattet ist. Was wichtig ist, dass der Heinrich von Worms das Geschlecht weiterführte durch seinen Sohn Konrad, dem Älteren und der hatte die berühmte Kaiserin Gisela geheiratet und von den beiden stammen die nächstfolgenden Salier-Kaiser Heinrich der Dritte, Vierte, Fünfte und so weiter ab und von denen wiederum dann das Geschlecht der Babenberger und der Hohenstaufen bis zum heutigen Tag. In dieser Grablege kann man also die Sarkophage, sprich die Särge dieser Personen sehen an erster Stelle Konrad der Rote. Dann sind da zwei unbekannte Bischöfe oder Kleriker. Die Nummer 4 ist Mathilde, das ist die Ehefrau von Konrad von Kärnten. Nummer 5 ist ein Kind, das ist die Judith von Heinrich von Speyer. Das ist sozusagen eine Familiengrablege der Vorfahren des höchsten Adels Europas. Das ist die Ehefrau von Konrad von Kärnten. Und auf einen Vorgang an dieser historischen Stätte möchte ich doch hinweisen, und zwar die Papstwahl im Jahre 1048. Auch in diesem Zusammenhang gab es Querelen in Rom, so dass Gesandte nach Worms kamen. Dort schlug der Salierkönig Heinrich der Dritte vor, man möge doch seinen Cousin, den Bruno, mit dem er über seine Großmutter verwandt war, zum Papst wählen. Gesagt, getan, Bruno wurde Papst Leo der Neunte und beide verstanden sich ihr Leben lang prächtig. Das Verfallsdatum eines Papstes war damals relativ kurz und reichte nur selten an zwei Jahre heran. Deswegen ist es bewerkenswert, dass Leo der Neunte tatsächlich etwas mehr als fünf Jahre in Rom regierte. Danach war dort wieder alles Business as usual. Einen weiteren Höhepunkt aus dem Jahre 1235 möchte ich auch noch erwähnen. Kaiser Friedrich II., der Stupor Mundi des Heiligen Römischen Reiches, war aus Apulien wieder nach Deutschland gekommen, um sich erneut zu vermählen. In Worms und in dieser Kirche vermählte er sich mit der Tochter des englischen Königs, deren Bruder Heinrich III. mittlerweile auf dem Thron regierte. Isabella von England hieß sie, die Tochter Johann Ohnelands oder John Lackland, der einigen vielleicht als der Magna Carta Johann bekannt ist. Diese Ehe war ganz wichtig für mich, sagen wir mal, weil deren Tochter Margarete nur wenige Jahre später mit Albert aus der Dynastie der Vettiner verlobt und später dann auch verheiratet wurde. Und alle Vettiner und die vielen, vielen Nebenlinien in andere Fürsten, Königs- und Kaiserhäuser sind Nachkommen dieser Ehe. So ein Rundgang ist ganz schön gemüden, deswegen höre ich jetzt einfach auf. Ein schöner Cappuccino in einem Platzregen. Was kann man da noch mehr genießen in so einer 2000 Jahre alten Stadt? Aber ganz ehrlich gesagt, es gibt noch sehr viel mehr. Nur damit wollte ich jetzt die Geschichte des Doms von Worms beenden. Nicht erwähnt habe ich Kaiser Karl V., Martin Luther und noch Dutzende von anderen wichtigen Ereignissen. Aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,